Herzlich willkommen zu den Breaky News von DRN. Nachdem wir bereits vor geraumer Zeit darüber berichtet haben, dass der Streamingdienst Anime on Demand den Betrieb einstellen wird, ist die Webseite des Anbieters mittlerweile nicht mehr erreichbar. Somit endet nach 14 Jahren die Ära des ersten VOD-Anbieters für Anime in Deutschland. Vergiss nicht unseren Kanal zu abonnieren, macht's gut und ciao!